Yo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir mal ein ganz spezielles Video am Start, denn wir werden heute ein eigenes Video mit Untertiteln ansehen. Sowas habe ich vorher noch nie auf YouTube gesehen, aber die Untertitel sind so richtig, richtig lustig. Und dann würde ich sagen, können wir gleich mal rein starten. Und ja Freunde, wir können das auch mit anderen YouTubern machen, mit anderen Videos. Da könnt ihr mir gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Wir schauen uns heute einfach diesen Squad Bill an, denn den habe ich mir noch nicht mit Untertiteln angesehen. Und ja, ihr hört den Ton jetzt denke ich und ja, ich höre ihn auch, aber ich höre ihn mit den Kopfhörern. Somit ist die Audioqualität hier auch ganz gut und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal hinein. Wir haben die Untertitel angeschaltet und dann machen wir das Ganze auf. Großbild erlauben das auch und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. So Freunde, jetzt geht es los. Yo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video und heute... Ich sage, yo Freunde, es steht einfach mal OP-Räume. Heute haben wir mal einen Sinn, den Weg, den Einling, versaut das Ganze, das ist aber auch nicht... Versaut das Ganze, Friedenspartner, ist klar, ja, ist klar. Wirklich schlimm, denn das Team ist einfach nur overpowered und günstig. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Teufel... Bühnenbild, was habe ich gesagt? Irgendwas mit überragend oder so wahrscheinlich. Wirklich schlimm, denn das Team ist einfach nur overpowered und günstig. Günstig, Bühnenbild. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Torhüter und da haben wir Kassias, ein sehr starker Moreno mit 87... Es ist Moreno, es ist Norweger, Bastard, ein hoher Wert. Das muss man auch mal machen, 1,83 groß, Hochmittelarbeitszeit. Da stimmt kein einziges Wort, Freunde, da muss man auch mal machen, als erwartet Foto-Mitarbeiter für ein guter. Logisch, deutsche Satzstellung läuft auf jeden Fall. Guter Innenverteidiger. Nur zwei Sterne... Nur zwei Sterne Skills, nur zwei Sterne Priester. Er hat gute und ausgeglichene Werte, drei Sterne Skills, drei Sterne Weekfold, kein... Wann habe ich Milch gesagt, Jungs, 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 Wann habe ich Milch gesagt? Hört ihr da irgendwas, was sich annähernd wie Milch anhört? Ich habe eine Werte, drei Sterne Skills, drei Sterne Weekfold, kein schlechter Mann. Dann kommen wir zum rechten Mittelfeld und da haben wir den wahrscheinlich Overpauzen-Spieler im Spiel. Und das ist Ibabo. Was? Den Overpauzen-Spieler im Spiel. Schmiedspielerinnen spielen, das ist dies behauptet Bernhard Hohmann, Kolumbia. Ist klar, Jungs, ist klar. Von AS rum den Kolumbianer haben wir hingepackt. Vier Sterne Skills ein... Minibagger. Wann habe ich Minibagger gesagt? Jungs, ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Das ist so fein einfach nur. Wenn ihr euch ein YouTube-Video anseht von irgendeinem coolen YouTuber, den ihr sowieso in der Abo-Box habt, dann probiert das unbedingt mal aus. Ist einfach nur sowas von lustig. Ja, auch mega genial vier Sterne Weekfold... Mega genial niederging. Ja, die Richterin Britta. Wer ist Britta? Im ZM und dann kommen wir zum Zwe... Im ZM, nicht im Zellkern. Und nämlich auch vier Sterne Weekfold. Oh, oh. Premiere, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Freunde? Gute Werte und nämlich auch... Und nämlich auch. Es war richtig, es war richtig. Lackerset, keine Ahnung, den muss ich jetzt... Lackerset, Laktat, Laktat-Weg. Hier hinten suchen, hier haben wir auch schon Lackerset, dann riecht... Waa... Was? Da haben wir ihn schon, oder? Nein, ich hab gesagt, hier hinten suchen, hier hinten Drogen. Hier hinten suchen, hier haben wir auch schon Lackerset, dann richtig genialer Spieler. Ein richtig genialer Spieler. Batman, richtig genial. Dabde, Dabde. Spieler im Spiel, die meisten werden jetzt sagen, es ist ein Sweaty Team, aber... Die meisten werden jetzt sagen, es ist ein Fettweg. Aber es ist ein Sweaty Team. 93 Tempo, das Spiel... 93, wie kann man das nicht verstehen? 93, da steht 94, 93. 82 Tempo, 82 Dribling und... Wirt Werner, wie kommt man auf sowas? Wieso sollte in einem FIFA Video... Wirt Werner gesagt werden? Versteht das einfach nicht. 4 Schäne Weakwood, 4 Schäne... Und da würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Video und sage... Verabschiede ich mich aus diesem Video und sage ihm... Ciao or at the... Wie immer. Ciao, Leute. FIFO Star... Das war's. Ciao, Leute. Was ist da gestanden? Leute. FIFO Hof Borden. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man das nicht gescheit machen? Aber Freunde, es ist nur mal so und ich finde es einfach nur richtig, richtig lustig, dass sie da so komische Untertitel reinschreiben. Ich habe es echt noch nicht auf YouTube gesehen, dass das ein YouTuber eben so verarscht hat oder so. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und lasst ebenfalls einen Daumen nach oben da. Wir können das auch von weiteren YouTubern machen. Also schreibt auch Videos rein, konkrete Videos, die einfach lustig sind und wo man das richtig gut machen kann. Und dann würde ich sagen, war's das wieder mit dem Video. Ich verabschiede mich. Ich habe übrigens eine neue Facecam, falls euch das aufgefallen ist. Die hat ungefähr 20 Euro nur gekostet, aber ist richtig, richtig gut von Logitech. Kann ich euch auch in die Beschreibung packen. Und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video und ich verabschiede mich und sage wie immer, ciao Leute. FIFO Stars.